Wolfgang ist super vorbereitet. Das Wichtigste ist eigentlich, dass man dem Regisseur auch vertraut und das habe ich eigentlich von Anfang an. Und ja, also wenn man sich nicht sicher ist, ob das jetzt gut war, was man gemacht hat, dann gibt er einem gleich die Sicherheit oder sagt ihr macht das mal so und so und so und so und dann findet man so langsam in die Szene rein.